Was gesagt, mein Name ist der Aufdruck und willkommen zum Namen wir hier auf meinem Kanal heute, Leute, heute gibt's Stumble Yikes! Und heute werden wir uns durchschauen, also mein Freund auf jeden Fall. Und ja, ähm, starte mal. Okay, wir machen gleich mal den... Wir haben uns durchschauen durchgekauft und... Nein, erstmal holen wir uns die ganzen Sachen hier. Ja, okay. Stumble... Ja, den Futter-Druck holen wir uns dann. Ja, der ist auch nice. Das ist nice. Dann das da... Das ist einfach das erste Mal. Oh mein Gott. Geil. Der Rippie-Mode. Und am Ende, ihr wisst, glaub ich, was kommt. Jeder, der Stumble Yikes spielt. Das ist der Neue, das ist der Neue, nicht der Alte, das ist der Neue. Ihr wisst, was im Neuen kommt. Was am Ende kommt. Ein Special-E-Mode. Und wir werden dann noch eine Runde spielen. Und er wird mich hopsen, glaub ich. Oh, auf jeden Fall noch. Ja, den fand ich auch cool. So ein Ding ist das. Ja, auch nice. Und wir haben heute schon so ein Skin-Up geholt. Und ich sag euch, da passiert sowas Witziges. Wird er am Ende auch sehen. Okay, oh mein Gott und... Oh mein Gott. Okay, jetzt fangen wir mal an. Rüste den direkt mal aus. Okay, den mach ich gleich mal. Den hab ich mir vorhin schon geholt. Der war ganz am Anfang. Den wollte ich halt unbedingt... Oh, Fußabdrücke, welchen nehme ich? Der da sieht geil aus. Ja, den da. Leute, wenn ihr das... Nee, ich find den... Der passt doch am besten zum Kürbel. Ich find aber das mit den... Guck mal. Dings an... Ja, okay. Aber ich find das mit den Lollis und so am besten. Okay, so. Oder wie findet ihr es? Und jetzt kommt die heilige Animation. Hä? Da haben wir keine. Hä? Ah, die. Wir haben die da ausgewählt. Ja, die dann nehmen wir. Ich glaube, das ist beim Gewinnen, oder? Die Animation. Ja, dann machen wir mal Emotes. Ah ja. Oh, da ist er. Leute, seht ihr ihn? Anstatt der das scheiße. Oh mein Gott. Dann nehmen wir noch RIP. Oh mein Gott, ich bin schon gestorben. Seht ihr diesen krassen Emote? Ich nehme mal alle meine neuen Einfragen. Diesen. Er ist, glaube ich, einer der wenigsten, der den hat. Soll ich den da nehmen? Den da? Du kannst immer was verwirrt. Oh mein Gott. Buu. Den nehme ich noch. Aber welchen von denen soll ich jetzt nehmen? Ey, Leute, er wird mich dann später so hops nehmen. Ich nehme den, der ist cooler. Ja, okay. Aber ich will wissen, was da bei RIP passiert. Ah, der macht dann wahrscheinlich das RIP-Zeichen. Oh, geil. Bist auch neu. Okay. Dann kaufen wir uns White Tar. Jetzt geht's an. Ich kann doch mal ganz nach hinten gehen. Okay. Scheiße. Und jetzt. Die erste Umdrehung. Leute. Let's go, let's go. Was kommt? Gönn, gönn, gönn. Wenn ihr ihm gönnt, lasst ein Like und Abo da. Hast du den? Schade. Nein, aber jetzt haben wir ein paar mehr Dinger. Vielleicht können wir dann später ein bisschen mehr... War das ein Duplikat? Ja. Ey, es ist unscharf. Was soll denn das? Es darf nicht unscharf sein. Okay. Was zieht der? Was zieht der? Was zieht der? Bitte den legendären. Oh, schade. Aber der ist neu. Nice. Und jetzt kommt, Leute. Wir kommen halt keinen Special-Skin ziehen. Das ist blöd. Oder wenn wir einfach keinen ziehen, dann cut ich so rein, als würdest du... Dann cut ich einfach so rein, als würdest du aussehen. Mach einfach Video an. Nein. Aber wir haben gerade neuen Ebelschneen weißen Löwen gezogen. Echt? Ja. Nice. Okay, bitte legendären. Oh, schade. Vielleicht, vielleicht. Oh, Duplikat, okay. Ah, Duplikat. Okay, jetzt noch eine Runde. Gönnt es, gönnt es, gönnt es. Gönnt du oder nicht? Nein. Nein. Scheiße. Den hast du wenigstens noch nicht. Ja. Okay, komm. Jetzt. Let's go, let's go. War aus deinem Tier? Bitte. Nein. Knapp. Ancada Messi? Ancada Messi. Ancada Messi. Ja, ist so. Kommst du irgendeinen, gönnt. Oh, hast du den noch nicht? Das ist cool. Der ist nice. Wir machen dann auch noch ein paar episch oder besser Spins. Wir machen dann noch eine Runde. Und weh, Du machst diesen Kiki-Mod bei mir. Safe bitte machen. Suri-Legend. Okay, und jetzt noch eine Runde. Bitte was krass ist. Bitte, bitte. Was kommt? Ja. Bitte, den legen wir an. Ja, nein. Nein. Aber den hast du noch nicht. Ich wünsche es wäre Mew gewesen. Ah, Miau meinst du? Ja, Miau. Okay, und. Ey, das Video wird noch zu lang. Ist so. Dann machen wir einfach später vielleicht noch einen zweiten Teil einfach. Oh, 103. Der Räuber. Einfach Räuber 176, obwohl da 103 draufsteht. Ne? Oh nein, ich wollte noch dazu einen Short drehen. Ne, ich habe eine Idee. Wenn wir dann, ähm, wenn du dann ein episch Glücksrad ziehst, du kannst ja ein paar Mal, oder? Ja, dann machen wir beim letzten dann ein Short. Sieben Mal, oder? Sieben Mal kannst du. Ja, oder? Ey, wenn wir. Ne, sechs Mal. Ja, sechs Mal. Ey, wenn er ein Special Skin zieht, dann. Oder du machst dann einfach beim letzten Spin ein Short. Müsst ihr 5000, ja. Beim letzten Spin. Hm, schade. Oder ich mache so oft Shorts, bis wir einen krassen Skin ziehen. Und dann wie so. Und dann, äh. Einen legendären hoffe ich ziehe ich. Bitte? Das ist mein Wunsch. Clown Charlie. Ne. Schade. Gärtner John. Oh, den habe ich noch gar nicht. Gärtner John. So ein Ding ist das. Oh nein, wir sind schon fast am Ende. Ey, du musst dich beeilen. Wir sind schon fast am Ende. Oh, ethisch oder besser. Ja. 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 Ja, Leute. So ein Ding ist das. Egentlär. Oh, guck mal. Jetzt machen wir erstmal noch den. So ein Ding ist das, Leute. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das. Oh, komm, 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 komm. Ey, bitte. Schade. Aber der ist auch krass. Ey, du bekommst so viele neue Skins. Oh mein Gott, okay. Guckt euch das mal an, wie Lost das aussieht. Und jetzt guckt euch das an, Digga. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, die hat ausgerissen. Das ist krass. Aber warte mal, ich muss noch kurz was machen. Bei Personalisierung. Guck mal, wer Emotes. Nein. Bei Animation, den haben wir auch noch. Soll ich den machen? Ja, der sieht geil aus. Boah, der wird so angeben, damit laut. Er wird so RIP bei mir die ganze Zeit machen. Dann machen wir mal kostenlos. Und noch einmal kostenlos. Bubble. Sprachen lernen, Bubble. So ein Ding ist das. Ja. Ja. Einfach nicht. Ja. Sprachen lernen, Bubble. Kein Videoclip. Ist keine Werbung. Wieso? Mann, verwirrt dich doch. Du Bubble, Digga. Das schneidest du dann raus, oder? Ich darf keine Werbung dafür machen. Deswegen muss ich zuhalten. Ihr habt nichts gehört, okay? Aber du hast dein Bubble. Okay, so. Ist nichts passiert. Und jetzt bitte, bitte. Ey, wenn du die ganz viel Kalt bekommen, das wäre so krass. Krass. Ganze drei Marken. Übelst geil. Und jetzt komm. Sechsmal. Aber du musst dich ein bisschen behalten. Sonst wird Video acht Jahre gehen. Komm. Dann machen wir hier noch ein paar Mal. Wir dürfen 395 ausgeben. Dreimal. 395 viermal. Okay, let's go, Leute. Kann man da ein Specials geben? Obwohl, nee. Wir können auch irgendwie tausend Spins machen, oder so. Aber es wird dann safe zu lange dauern. Wir sind schon bei acht Minuten. Weil wir haben durch den Stammelpass wieder saufen. Ich weiß nicht, ob wir da noch eine Runde schaffen. Oh, schade. Ey, wenn wir wieder einen legendären bekommen. Oder wenn wir bei den epischen machen. Gleich kommen die richtig krassen Leute. Oh, die Prinzessin? Ey, wenn du die spielst, die ist so, ich hasse die. Okay, jetzt komm. Episch. Sechsmal hast du gesagt. Und 330. Nein, neunmal. Oh mein Gott. Oder nee, wir brauchen noch. Nee, wir machen noch ein paar Mal hier drin. Vielleicht bekommen wir dann bis zu 350. Dann können wir zehn Spins machen. Okay. Das schneiden wir raus. Und vielleicht schaffen wir es. Leute, wir haben es nicht geschafft. Und das war es mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis bald. Und das war es mit dem Video. 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 Bis zum nächsten Mal.